Diese unternehmerischen Fehler, die du gemacht hast, waren deine Herausforderung. Die Kunden sind schwierig, der Markt ist scheiße, mit den Mitarbeitern ist es doof. Jetzt ist Schluss mit, ich suche die Schuld im Außen, sondern ich bin selber die Ursache. Erzähl uns davon. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Immolution. Mein Name ist Leon Bosbach, ich freue mich heute einen Gast begrüßen zu dürfen und zwar der liebe Christian Atzinger. Christian, ich übergebe dir einfach mal direkt das Wort, erzähl uns doch mal ganz kurz, wer bist du, wo kommst du her und was machst du? Hi, danke ich heute hier sein zu dürfen. Mein Name ist Christian Atzinger, ich bin eben Inhaber und Geschäftsführer der Firma Raumimmobilien GmbH und der Sitz ist in Gilching, das ist in der Nähe von München im Landkreis Starnberg. Christian, ich will jetzt was darüber erfahren und zwar, wo kommst du ursprünglich her, was ist dein Background, was ist so, erzähl mal von den Anfängen deiner Karriere, deiner Selbstständigkeit. Also meine Karriere und Selbstständigkeit hat relativ früh angefangen. Ich habe als Bankkaufmann vor über 20 Jahren begonnen, habe mich aber dann relativ schnell eben selbstständig gemacht. War dann im Vertrieb unterwegs, Finanzdienstleistung und in der Immobilienbranche und über die letzten Jahre hinweg gab es Up and Downs und 2018, 2019 kam dann langsam so die wirkliche Veränderung. Okay, lass uns mal Step by Step vorne anfangen. Bankkaufmann, mit wie vielen Jahren hast du als Bankkaufmann angefangen und wie lang war da so der Weg, deine Findungsphase quasi? Also als Bankkaufmann habe ich angefangen, da bin ich gerade 18 geworden oder kurz nach 18 nach der Schule eben und ich habe damals die Lehre, weil ich keinen Bock auf Berichtsheftschreiben hatte, verkürzt und habe tatsächlich die Bankkaufmannsausbildung in anderthalb Jahren abgeschlossen. War danach noch ungefähr ein Jahr bei der Bank und habe dann eben entschieden, raus in den Vertrieb zu gehen. Also mehr von Mensch zu Mensch? Ja, absolut. Und es war mir auch damals einfach so ein Anliegen. Ich habe das schon gemerkt, bei der Bank ging es darum, ganz spezielle Produkte zu verkaufen und gar nicht so sehr auf den Kunden einzugehen, sondern Hauptsache Produkt ist weg. Wie hat sich deine Leidenschaft zur Immobilie entwickelt? Die Leidenschaft zur Immobilie kam am Anfang aus der Not, weil als ich Anfang 20 mich selbstständig gemacht habe, hat es erst in der Finanzdienstleistung nicht so gezogen und dann habe ich mit Immobilienmakeln angefangen. Und mir hat es irrsinnig getaugt, den Leuten die Objekte zu zeigen, die Gespräche zu führen, die Beratungen zu führen, die Leute auf den Weg hin zu begleiten, einfach zu ihrem neuen Zuhause. Okay. Was war denn gerade bei den Anfängen, wo du jetzt, sage ich mal, diesen Umschwung hattest, selbstständig in der Finanzdienstleistung, hat nicht so funktioniert, wie du es dir vorgestellt hast? Dann hat sich die Leidenschaft zur Immobilie entwickelt. Was waren die Herausforderungen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass auch sehr, sehr viele, ja vielleicht auch Zuschauer, aber auch generell viele Leute in solchen Situationen befinden oder mal befunden haben. Was waren deine Herausforderungen, gerade an den Anfängen? Ja, die Herausforderungen waren damals und auch teilweise zum späteren Zeitpunkt einfach noch, wirklich auch in den jungen Jahren hat, einfach die Disziplin an den Tag zu legen, wirklich das zu tun, was getan werden muss. Damit du die Ergebnisse kriegst, die du gerne hättest. In den jungen Jahren, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich oft mehr geträumt von großen Deals oder von großen Entscheidungen, aber habe nicht die Power, nicht on point da investiert, Zeit und Energie. Und darum ist das auch nicht so zustande gekommen, wie ich mir das gewünscht habe. Ja, also ist ja auch, sag ich mal, ja, wie kann man das am besten auf den Punkt, dieser Fitnessstudio-Effekt, ja, man nimmt sich vor, man geht ins Fitnessstudio, meldet sich an, um den Traumbuddy zu bekommen, aber man hat eigentlich gar keinen Bock zu trainieren, weil das Training an sich keinen Spaß macht, ja. Ich glaube auch, die Wahrscheinlichkeit, alleine statistisch gesehen, ist viel, viel höher, dass du auch deinen Traumbuddy erreichst oder Traumkörper, wenn du auch das Training an sich liebst. Ich denke, das ist so metaphorisch, das, was du sagst, oder? Ja, ja, genau. Okay, wann hast du denn erkannt, wann war diese Erkenntnis, zu sagen, oh Mann, ich muss jetzt mal wirklich mehr Disziplin in mein Tun reinbringen und nicht nur träumen? Das kam im Laufe der Zeit und es hat sich ja dann auch entwickelt. Wir haben Teams aufgebaut, es ist größer geworden und wir hatten dann in der Spitze, wo vor allem im Maklergeschäft, wo es darum ging, ausschließlich Vermietung zu machen, hatten wir mal 30, 40 Leute im Außendienst, die dann aber den Sprung nicht geschafft haben von der Vermietung, damals eben in den Verkauf. Und da kam dann auf jeden Fall mehr Disziplin aus der Selbstständigkeit, Einzelunternehmer wurden die GmbHs, da hat sich also auch hier einiges weiterentwickelt. Aber wie gesagt, so der wirkliche Sprung in die nächste Liga hat auch da noch auf sich warten lassen. Okay, wie ging es weiter, wenn du sagst, der Sprung hat noch auf sich warten lassen? Erzähl mir von diesem Weg. Also selbst als die Zeit dann kam, wo das Engagement da war, wo man sich reingekniet hat und wo man versucht hat, dann diese Punkte umzusetzen, ist man natürlich immer wieder an Hürden gescheitert. Und da war mein größtes Learning und das ging über Jahre hinweg, ich habe die Schuld immer anderen gegeben. Ich habe die Schuld immer im Außen gesucht. Ich bin immer davon ausgegangen, die Kunden sind schwierig, der Markt ist scheiße, mit den Mitarbeitern ist es doof oder whatever. Und ich habe unglaublich lange gebraucht, um hier den Switch hinzubekommen, denn die Veränderung kriegst du nur bei dir selber hin. Was war denn dann der ausschlaggebende Punkt? Irgendwas muss ja passiert sein, es muss ja einen Vorfall gegeben haben, wo du gemerkt hast, jetzt ist Schluss mit, ich suche die Schuld im Außen, sondern ich bin selber die Ursache. Genau. Der war der Punkt 2018. 2017, 2018 habe ich dann in der Spitze des Ganzen auch noch ein paar dumme unternehmerische Entscheidungen getroffen. Wer schon länger am Markt ist, weiß, dass sowas vorkommt. Und dann der wirkliche Initialentzündung oder diese Initiale Zündung war die Geburt meiner ersten Tochter. Interessant. Da war der Punkt für mich erreicht, okay, jetzt ist no time for excuses. Jetzt muss losgehen. Und da war dann auch der Punkt, wo ich für mich dann gemerkt habe, okay, jetzt musst du bei dir anfangen, dich mit deinen Themen auseinandersetzen. Und weil die Schuld, anderen in die Schuhe zu schieben, das wird nicht mehr funktionieren. Okay. Sehr, sehr interessant. Ist ja auch das, was man, sag ich mal, oftmals hört, dass das eine Geburt des eigenen Kindes schon viel auslösen kann in einem selber. Du hast gerade auch was gesagt, was mich jetzt persönlich sehr interessiert, sind diese unternehmerischen Fehler, die du gemacht hast. Kannst du mal ein, zwei Beispiele geben, was waren so die unternehmerischen Fehler, die du gemacht hast? Jetzt mal abgesehen von der fehlenden Disziplin eingangs. Also die größten Fehlentscheidungen waren Shiny Objects. Ich habe auf Personen oder Themen bin ich aufgesprungen. Lass uns ganz kurz das einmal definieren, weil ich glaube, für viele da draußen ist nicht ganz klar, was bedeuten Shiny Objects. Das sind in meiner Perspektive sind Shiny Objects Themen, die sich vordergründig einfach irrsinnig toll anhören. Wo du denkst, hey, das ist es, wow, da geht jetzt was ab. Das ist der heilige Gral, juhu, das ist der Zug, auf den ich jetzt aufspringen kann. Mit dem werde ich durchs Ziel rasen. Das ist die Person, wenn die mit an Bord ist, dann rockt die Hütte. Das sind so Punkte, wo du sagst, da verlagerst du aber wieder die ganze Verantwortung ins Außen. Und auch den Fokus. Und auch den kompletten Fokus. Und die Entscheidung, die ich dort getroffen habe. Mach mal ein Beispiel für ein Shiny Object, bevor wir zu der Entscheidung kommen. Mach mal ein konkretes Beispiel für ein Shiny Object, was du hattest. Ein konkretes Beispiel für ein Shiny Object ist zum Beispiel das Thema Online-Marketing. Okay. Wenn man da aufs falsche Pferd setzt oder die Dinge nicht richtig macht oder auf die ersten Punkte vermeintlich hört, die einem da immer wieder mal angeboten werden, dann… Oder schon an Online-Marketing zu denken, obwohl man noch gar nicht in der Phase ist, dass man das überhaupt braucht. Richtig. Weil man seine Hausaufgaben vielleicht vorher noch nicht gemacht hat. Oder Shiny Objects können halt auch Positionen oder auch Personen sein, die man, den ein Leben kommen, die du vielleicht ein bisschen verglorifizierst, die ein bisschen mehr scheinen zu sein, als sie tatsächlich sind. Was haben diese Shiny Objects dann ausgewirkt auf dein Unternehmen? Weil du bist ja möglicherweise ein, zweimal auf diese Shiny Objects reingefallen, wenn nicht sogar öfters. Was waren die Auswirkungen davon? Also das finale Thema ist einfach etwas gewesen, da ging es um Projektentwicklung mit vermeintlich hohen Erträgen. Und das große Problem war, dass dort sehr viel auf dieses Shiny Objects Energie draufgelegt wurde, aufs Tagesgeschäft nicht mehr, Tagesgeschäft geht unter und das Shiny Object hat sich… Aufgelöst. Aufgelöst, genau. Und dann ist es eine bittere Realität und da ist in meinem Leben echt alles spitze auf Knopf zusammengelaufen. Das eine hat sich aufgelöst, meine Tochter ist geboren und so weiter und so fort. Okay, was waren dann die ersten Schritte, wo du die Erkenntnis hattest, Shiny Objects mache ich nicht mehr, falle ich nicht mehr darauf rein, Disziplin war vorhanden, Tochter war geboren, was ist dann passiert? Es ist einen kleinen Schritt noch zurück. Ich habe damals jemanden online kennengelernt, einen Trainer, der hat ein Zitat im Endeffekt losgelassen, das mich damals unglaublich getriggert hat, auch heute noch begleitet und das ist das Thema, was wäre, wenn du wirklich mal 365 Tage auf einem Thema draufbleiben würdest. Und der zweite Satz war, arbeite doch mal zehn Jahre lang an dir und deinen Fähigkeiten, um in zehn Jahren an einen Punkt zu kommen, wo du dann das erreichst in einem Jahr, wofür andere zehn Jahre brauchen. Ich habe dann wirklich angefangen eben an mir und meinen Fähigkeiten zu arbeiten, habe mich dann innerhalb von einem guten Jahr wirklich selber an den Haaren gepackt und aus dem Sumpf rausgezogen und mich wirklich zuerst absolut auf mich, auf meine Routinen, Standards, Gewohnheiten konzentriert. Und dann im nächsten Schritt sind ja Resultate entstanden. Ja, genau. Dadurch, dass der Fokus auf einmal aufs richtige Thema gelenkt wurde, habe ich dann auch Sachen in mein Leben gezogen, wie beispielsweise Immo-Expert-Training oder andere Punkte. Es hat dann auch wirklich angefangen, nachdem erst der Fokus bei mir lag, dass ich wirklich auch Leute in mein Leben gezogen habe, mit denen es dann auch funktioniert hat. Die dich weiterbringen. Aber nur deshalb, weil ich ein anderes Level eingenommen habe. Ich habe meinen State, mein Level verändert und deshalb hat es mit anderen Leuten auf einmal Ja, alles andere gefolgt. Genau. Gesetze Anziehung könnte man auch sagen. Richtig. Okay. Jetzt, 2018 hattest du gesagt. Wo war dann der Punkt, wo du spüren konntest, dass wirklich Wachstum entstanden ist, persönlicher Wachstum, hast du jetzt schon ein bisschen erzählt, aber auch geschäftlicher Wachstum? Also seit August 2018, sage ich mal, war ganz grob diese Veränderung und Startphase. Es hat wirklich bis Ende 2019 gedauert, bis in diesen knapp anderthalb Jahren hat nur persönliches Wachstum stattgefunden. Das wirtschaftliche Wachstum hat dann erst 2020 eingesetzt. Zeit versetzt. Es braucht manches einfach Zeit. Es geht nicht von heute auf morgen. Was würdest du denn sagen, was sind denn deine Geheimnisse jetzt für Leute, die eben diese Herausforderungen zu spüren bekommen haben, dann auch das sowohl persönliche Wachstum plus das wirtschaftliche Wachstum sukzessive miteinander aufzubauen? Was sind da so Sachen, die du anderen mitgeben kannst? Also die drei größten, kann ich jetzt gar nicht sagen, aber die Highlights aus der Geschichte ist wirklich, Punkt eins ist Planung. Planung, das heißt, ich habe angefangen, dann mal einen ganzen Jahresplan zu schreiben. Ich habe mir 14 Tage Zeit genommen und gesagt, okay, welches Ziel will ich erreichen und bin dann hergegangen und habe das angefangen runterzubrechen. Was ist denn dafür zu tun? Punkt eins. Punkt zwei war dann, dass ich hergegangen bin und gesagt habe, okay, ich habe begonnen nur noch im Hier und Jetzt zu leben. Das klingt leicht, ist es aber nicht. Viele Anläufe dafür gebraucht. Ich habe eine unglaubliche Disziplin entwickelt dahingehend, dass ich jeden Abend den nächsten Tag geplant habe. Haben wir, glaube ich, auch sogar schon mal drüber gesprochen. Und dann eins zu eins das umgesetzt, was ich eben da gemacht habe. Die ersten paar Wochen passiert da noch nichts. Das ist wie wenn du irgendwas in die Erde einsetzt und alles passt. Es muss erst mal keimen. Es muss erst mal keimen, es muss erst mal kommen. Aber im Laufe der Zeit ist es halt einfach so, dass du die ersten zehn Siege merkst du noch nicht, die ersten zehn Tage im Jahr. Aber wenn du mal 30 Tage, 60 Tage, 90 Tage einen kleinen Gewinn jeden Tag gemacht hast, jeden Tag, auch wenn es nur ein Schritt nach vorne gegangen ist, dann hast du in Bezug auf 30 oder 90 Tage oder auch auf ein halbes Jahr gehst du eine irrsinnige Meile. Und das ist das, was die meisten unterschätzen, dass diese, und ich auch selber, über zehn Jahre, 15 Jahre habe ich das komplett unterschätzt, was diese Mechanismen ausmachen. Also auch Planung, Organisation, dieses Thema. Ich habe das zum Beispiel auch so kennengelernt, es gibt so drei Stufen, König, General, Krieger und die meisten, wenn die eine Idee, eine Vision haben, fangen die halt sofort mit der Umsetzung an. Habe ich selber auch gemacht. Viele Jahre. Aber wenn du dir keinen Plan machst dazwischen, wenn du nicht, sage ich jetzt mal, von der Idee in die Planung gehst und erst dann in die Umsetzung, ist es meistens so, die Idee kommt, du startest mit der Umsetzung und du verläufst dich. Es gibt kein Anfang, kein Ende und irgendwann ist der Umsetzer, die Motivation lässt nach, du weißt nicht mehr, wo vorne und hinten ist, kennst kein Anfang, kein Ende. Verlierst dich selber aus den Augen, ja. Genau. Verlierst dich im Band. Okay, also Planung ist ein Rat von dir auch an andere, das ist maßgeblich sehr, sehr wichtig. Ja. Okay, was darüber hinaus, gibt es noch, wo du sagst, darauf muss man achten? Definitiv ist es dir das Thema Weiterbildung. Persönlich, fachlich. Du bist immer auf irgendeinem State, wo du glaubst, dass du alles weißt. Mir wurde mal gesagt, es gibt ein Thema oder es gibt eine Sache, die ich weiß und zwar, dass ich gar nichts weiß. Auf jeden Punkt ist es so, und ich habe jetzt in den letzten paar Jahren ein paar gewaltige Entwicklungsschritte gemacht und jedes Mal ist es so, wenn du dich von einer Ebene auf die nächste entwickelst, bist du auf dem neuen Level wieder komplett Rookie. Rookie, Anfänger. Du musst dich erst wieder zurechtfinden, da gibt es neue Herausforderungen, neue Themen und diese Reise endet nie. Ja. Also würdest du mir recht geben, wenn ich sage, das wertvollste Investment, was ein Mensch tun kann, ist in Wissen? Ja. Würdest du mir da recht geben? Ich habe die letzten zwei Jahre über 100.000 Euro in Wissen investiert. Und es hat sich ausgezahlt? Ja, brutal. Erzähl uns davon. Genau. Erzähl uns von dem Punkt, 2019 war es, 2020, wo der wirtschaftliche Erfolg kam, du Perspektiven entwickelt hast, auch wirklich gespürt hast, dass diese Perspektiven machbar sind durch eben die Verwandlung, die du erlebt hast. Also wir haben ja auch vorher jetzt eben ein bisschen gequatscht und auch ein paar Dinge erarbeitet, ausgearbeitet, weiterentwickelt, auch für dich, mit dir, dass du eine unglaubliche Transformation gemacht hast. Das ist jetzt nicht nur, was wir bis jetzt schon besprochen haben, sondern das, was jetzt noch folgt, also die Transformation von der erste wirtschaftliche Erfolg kam und wie ging es weiter? Erzähl uns davon, mit wie vielen Mitarbeitern hast du gestartet? Wann fing das ganze Thema an? Also als diese, ich habe dann angefangen, wie gesagt, 2020 mich da drauf zu konzentrieren, habe einfach für mich aus meiner Perspektive mal ein utopisches Jahresziel aufgeschrieben. Das waren damals 500.000 Euro Jahresumsatz, wo ich gedacht habe, Brutto, gesagt habe, okay, woher soll das kommen? Aber ich habe mir einen Plan. Wir machen es mal. Wir machen es mal. Man muss ja große Ziele haben. Genau. Habe dann diesen Plan umgesetzt, habe angefangen, mit Leuten an dem Thema zu arbeiten und sage und schreibe es tatsächlich dann sogar im ersten Jahr bin ich bei 450 Brutto rausgelaufen. Da habe ich mir schon gedacht, wow, krass, das funktioniert. Aber es hat natürlich noch an vielen Ecken und Enden gehapert, weil das war alles noch so Thema Persönlichkeit. Danach habe ich mich angefangen, wirklich auch fachlich vorzubilden, mich mit den Themen auseinanderzusetzen, unter anderem eben Immo-Expert-Coaching und auch das Upgrade-Unternehmer-Training. Und hier ist es dann so gewesen, ich hatte da mit zu vielen Sachen zu kämpfen, weil mir wurden Informationen gegeben, die ich einfach in dem State nur schwer handeln konnte, weil es mich auch persönlich getriggert hat, was mir auch streckenweise aufgezeigt hat, dass ich bin jetzt 42 Jahre alt, da war ich 40, wo gesagt, okay, streckenweise habe ich mich da schon gefühlt, das hätte ich 20 Jahre lang gar nichts gemacht, völlig im Wald gestanden. Also du redest jetzt auch um die Zusammenarbeit mit uns und um dem Heinz. Genau. Da ging es schon auch darum, dass ich mit manchen Punkten halt einfach so getriggert wurde, die waren schwer für mich aufzunehmen. Schlussendlich ist es aber so gewesen, dass ich mich halt dann mit den Sachen auseinander gesetzt habe und auch hier wieder einen Plan gemacht habe, um das Step-by-Step diszipliniert abzuarbeiten. Ich habe mir da auch was angewöhnt, auf dem einen Bildschirm laufen die Videos, auf dem rechten Bildschirm sind Word-Dokumente offen und ich schreibe mit. Ich habe dort hunderte von Seiten mitgeschrieben. Ich habe jedes zweite Wochenende gelernt und mich hier halt wirklich reingekniet und dann versucht, nachdem ich das aufgeschrieben habe, Step-by-Step diese Sachen dann umzusetzen. Das hat natürlich dann angefangen. Wir waren damals, da war ich, Back-Office-Assistenz und das war es dann auch schon. Drei, vier Leute. Genau. Jetzt kann ich mal den Sprung zu jetzt machen. Genau. Erstmal jetzt ganz kurz, dass wir es von der Chronologie her richtig aufbauen. Du hast am Anfang mit zu kämpfen. Warum? Weil auch du persönlich zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht so weit warst, dass du das konfrontieren konntest. Zum einen, genau. Und dann irgendwann hat es angefangen, komm, scheiß drauf, wir ziehen es jetzt durch. Genau. Du konfrontierst die Nummer. Du hast sehr, sehr viel Zeit in das Thema Lernen, Weiterentwicklung gesteckt, auch in Zusammenarbeit mit uns. Auch in das Thema Schmerz. Auch in Schmerz, genau. Weil, du hast am Anfang gesagt, Fitnessstudio, es ist so, der Muskel wächst halt einfach nur, wenn es mir tut. No pain, no gains. Genau. Und hier war es auch, auch wenn ich es nicht hören wollte, habe ich es mir reingezogen. Auch wenn ich die Sachen nicht wahrhaben wollte, trotzdem habe ich es dann so gemacht. Okay, was hat sich dann sukzessive verändert? Weil es ist ja auch das Thema Prozesse, Strukturen, Systeme. Genau. Jetzt fängt die Transformation ja erst richtig an. Wir haben halt dann einfach auch wieder mit dem Thema Plan, weil ehrlich gesagt, selbst nachdem ich mir die Kurse reingezogen habe und das mitgeschrieben habe, stehst du ja vor so einem krassen Berg an Aufgaben. Und auch da sind wir halt dann einfach wieder hergegangen und haben es auf die Woche runtergebrochen. So und so viele Stunden pro Woche waren einfach dafür da, um das jetzt in die Praxis umzusetzen. Da gab es keine Grenze. Wir haben nach drei, vier Stunden halt aufgehört, Vorlagen erstellt, dies gemacht, das gemacht, Prozesse entwickelt, runtergeschrieben, Leitfäden gemacht und so weiter und so fort. Es war ja dann voll Corona, voll Lockdown. Meine Assistentin saß bei sich zu Hause. Wir haben Zoom-Meeting gemacht und ich habe quasi diktiert und sie hat geschrieben. Das haben wir circa vier bis sechs Stunden die Woche gemacht. Und dann habe ich mich angefangen, für mich war das unglaublich schwer, weil es gab eine alte Welt und eine neue Welt. Die neue Welt wollte ich aufbauen, aber ich konnte ja die alte nicht einfach niederreißen oder stehen lassen. Lass uns da kurz, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst. Ich glaube, es fällt vielen Menschen sehr, sehr schwer, sich von alten Mustern und alten Dingen zu trennen, weil es ja auch Teil der Komfortzone ist irgendwo. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Begriff, das Thema Komfortzone und auch eine gewisse Angst vor Neuem da ist. Und meine Lösung war das Bild von einer zweispurigen Autobahn. Auf der einen Spur sind wir immer noch so weitergefahren, wie wir das bis dato gemacht haben und auf der anderen Spur haben wir eine neue Welt aufgebaut und haben erst dann, als die neue Welt stand, gewechselt. In Spurwechsel gemacht. Genau. Wir haben quasi die zweite Autobahnspur erst gebaut und haben dann gewechselt. Und das hat natürlich auch Zeit gedauert, aber danach war es für mich einfach so, ich hatte so den Wunsch und diesen Willen, nach vorne zu kommen, dass ich einfach bereit war, auch Dinge auszuprobieren oder Sachen zu machen, die im ersten Moment unangenehm sind oder sagen, das funktioniert nicht und wie soll das gehen und überhaupt und sowieso keinen Bock da drauf und so viel Aufwand, was das kleine Männchen im Hinterkopf dann immer so zum Besten gibt. Und dann haben wir eben das angefangen und dann kam Step by Step die Umsetzung. Erst mit wenig Flyern, dann ins Marketing hochgefahren, dann dies gemacht, das gemacht, dann kamen die ersten Erfolge. Und dann war so 2019, 20, 2021, habe ich dann sogar weniger Umsatz gemacht als 2020, weil jetzt wurde gebaut. Weil du viel Zeit in die eigene Firma investiert hast. Jetzt ist ins Fundament gebaut worden und tatsächlich hat sich das jetzt in 2022 krass ausbezahlt. Okay, lass uns mal in Zahlen sprechen. Genau. Wie viel Umsatz 2021 zu der Phase, man muss betonen, zu einer Phase, wo du den größten Teil deiner Zeit in Fundamentarbeit gesteckt hast. Und das muss man hier nochmal unterstreichen. Wenn ihr Visionen habt, da draußen, generell, wenn die Menschen Visionen haben, einen Wolkenkratzer kriegt man nur auf einem stabilen Fundament gebaut. Ja. Das heißt, diese Fundamentarbeit ist essentiell wichtig. Ich möchte noch einen Schritt zurückgehen, damit wir es chronologisch machen. Also bis 2020 war das für mich so das Leben. Ich habe die 200.000er Marke nie oder wenn nur knapp gekratzt. 2021 die 450 brutto. 220 meinst du? 220, genau. 2021, 350, das war das Jahr des Aufbaus. Und Status Quo, wir haben heute den 10.06., glaube ich, stehen wir bei 611.000 netto. 611.000 netto. Das heißt, du hast nur durch das richtige Fundament deinen Umsatz jetzt schon verdoppelt im halben Jahr. Genau. Und perspektivisch sieht es so aus, dass wir irgendwo zwischen 1,2 und 1,6 rauslaufen werden dieses Jahr. Die sind aber schon im Vorlauf. Also die sind nicht unwahrscheinlich. Nein. Die sind nicht unwahrscheinlich. Okay. Erstmal, ich finde, es ist sehr, sehr schön zu hören, muss man sagen, weil da hat sich wirklich jemand der Sache verschrieben. Ja, da hat sich wirklich jemand der Sache verschrieben und zu sagen, so das ist jetzt mein Weg. Ja, und der Weg ist das Ziel. Und das spürt man auch. Ja. Jetzt hat sich aber ja nicht nur der Umsatz verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht bis zum Ende des Jahres oder auch sogar mehr. Weil, wie ich es so mitbekommen habe, müssen wir jetzt nicht tief drauf eingehen. Ist da ja auch noch ein dickes, sind ja auch ein, zwei gute Deals dabei. Hat sich jetzt auch ein Unterschied bei deinen Mitarbeitern gemacht? Ja, ja. Also ich war früher der Typ, der halt von vorn bis hinten alles gemacht hat. Aktuell bin ich nur noch derjenige, der die Aufträge reinholt. Wir waren damals, als ich gestartet habe, 2019, 2020, wo dieser Umbruch begonnen hat, waren wir eigentlich nennenswert drei Leute. Jetzt sind wir neun. Neun. Das heißt, du betreust oder führst ein Team von neun Leuten? Mit mir. Mit dir, okay. Also acht außer dir. Wie wichtig ist das Thema Recruiting, die richtigen Mitarbeiter auf die richtigen Rollen zu setzen, ein Fundament zu haben, weil Mitarbeiter lassen sich nur führen mit Prozessen? Ja. Wie wichtig ist das? Also ich kann sagen, dass das Thema Strukturen und Prozesse der Gamechanger war. Der komplette Gamechanger. Für mich selbst und auch ich bin um Klassen besserer Makler, wenn nicht sogar um Welten besserer Makler geworden, nachdem ich angefangen habe, wirklich diese Prozesse runterzuschreiben. Und zwar, weil ich mir das erste Mal in meinem Leben rückblickend über jeden Schritt intensiv Gedanken gemacht habe, was tue ich da eigentlich? Ja. Was tue ich, wann tue ich und wie? Ich möchte das nochmal unterstreichen. Du hast keinen einzigen Einwand mehr, wenn du bei Verkäufern zu Hause bist. Es ist klar, dass die sechs Prozent bezahlt werden. Du hast keine Hinterfrage, also du wirst nicht hinterfragt in deiner Arbeit. Du wirst nicht verglichen mit anderen Maklern. Und der Ursprung dafür ist meiner Meinung nach, und ich denke, das wirst du unterstreichen, sind deine Prozesse. Ja. Und Prozesse übrigens auch für die Leute, Prozesse sind Marketing. Weil es ist direkt da, die Leute spüren das. Ja. Also ich war vor zwei Tagen, bevor ich hierher gefahren bin, noch bei einem Kunden. Da hat der gesagt, Herr Erzinger, wenn Sie beim Kunden aufschlagen, sind die anderen doch raus, oder? Da habe ich gesagt, ja. Da habe ich gesagt, ja, also es waren jetzt schon zwei Makler da, aber ist klar, dass ich den Deal mit Ihnen mache. Das hat einfach damit was zu tun, dass du die Leute eben über die Prozesse, über das Marketing als Prozess einfach an einen Punkt führst, dass du sie an dem, wo sie stehst, abholen, mit auf die Reise nimmst, an den Punkt, wo es keine Alternative mehr gibt. Und da ist einfach auch das Thema Qualität und Dienstleistung steht halt da ganz oben. Und wenn du hier an der Stelle einfach overdeliverst, weil du dir vorher halt richtig Gedanken gemacht hast und da Zeit und Herzblut reingesteckt hast, dann ist das das Totschlag-Argument, dann kickt das die ganzen Amateure raus. Und gar keine Chance mehr. Nein, ich habe im letzten Jahr und auch dieses Jahr jetzt Makleraufträge geschrieben, wo die Kunden gesagt haben, auch bei dem Thema Mehrfamilienhaus, die meisten, die hier zugucken, werden wissen, bei Mehrfamilienhaus muss der Verkäufer keine Provision bezahlen. Da habe ich gesagt, aber bei mir ist das so, okay, gut. Das ist einfach, der hat den Mehrwert dermaßen gesehen, dass dem das wurscht war. Das ist einfach dieser Nutzen, wenn die Leute den verstehen und du in der Lage bist, das so rüberzubringen. Und das funktioniert nur über die Prozesse und die Strukturen. Und um das vorneweg zu nehmen, auch mit den Mitarbeitern. Die tun sich super leicht. Die halten sich einfach eins zu eins an diese Themen. Wir sind aber auch hergegangen an der Stelle und haben jeden einzelnen Prozessschritt. Ersttermin Vorbereitung, Ersttermin, Ersttermin Nachbereitung, Zweitermin Vorbereitung. Es gibt gar keinen Spielraum mehr für Fehler. Nein. Und zu jedem Punkt Video gedreht, Leitfaden geschrieben, Checklisten gemacht, Textvorlagen, sogar Textvorlagen geschrieben. Das heißt, eine Terminbestätigung ist schon als Textvorlage da. Next Level ist, sind wir gerade dabei, das wird alles jetzt noch ins CRM reingepackt, dass du nur noch Knöpfchen drücken musst und das Zeug rausgeballert wird. Sehr schön. Also ich bin begeistert von der Leistung und das ist wirklich für mich, das ist glaube ich für uns, da kann ich für Bosbach Consulting sprechen, das Schönste, was man spüren kann, dass Kunden oder Menschen Erfolg haben, mit denen man partnerschaftlich zusammenarbeitet. Und das freut mich ungemein. Und ich freue mich, dass du heute hier warst. Ja, danke. Auch an der Stelle nochmal ein Dankeschön, auch wenn die Arbeit nicht immer leicht war, nach dem Ergebnis, wo ich jetzt stehe, ist auch an der Stelle nochmal ein fettes Danke. Sehr, sehr gerne. Vielleicht hast du noch ein abschließendes Wort an die Leute, die zuschauen. Dann kannst du jetzt gerne nochmal kurz in die Kamera gucken, hier, um was dazu sagen, falls noch irgendwas ist, ansonsten. Wenn ihr an dem Punkt steht oder euch an der einen oder anderen Stelle wiedergefunden habt, dann kann ich nur sagen, investiert in euch selber und macht euch Pläne. Man weiß das, aber es ist halt einfach so, der Unterschied zwischen etwas zu wissen und etwas wirklich zu tun, sind in meinem Fall ein paar hundert Prozent Umsatzunterschied. Danke. In diesem Sinne, wenn auch ihr, wie gesagt, dieselben Erkenntnisse wie der Christian habt oder Problembewusstsein oder die Erkenntnisse haben wollt und umsetzen wollt, dann findet ihr alles Relevante unten in der Infobox. Klickt einfach drauf, nehmt Kontakt auf und dann sehen wir uns schon ganz bald in einem persönlichen Gespräch. Ich freue mich. Bis dann. Ciao. Die größte Erkenntnis im Coaching war bis dato. Ich bin ja jetzt noch nicht ganz so lange dabei. Dass das Makeln eigentlich noch mehr Spaß macht, als ich es schon immer gedacht habe. Und dass die Transformation hin zum Unternehmer mir Freude bereitet und, wie gesagt, effizient abläuft. Und dass die Transformation im Coaching verabschiedet sind. Und dass die Transformation im Coaching rappelt hat, als ich es schon immer weiterge πολ Protein bin. Und dass die Transformation im Coaching verabschiedet sind. Vielen Dank.